Ich bin der Hannes Reitinger, österreichischer Discover-EU-Botschafter und Europa bedeutet für mich Freiheit. Markus Kosshofer, Österreich. Europa bedeutet für mich ein Aufbrechen von Grenzen, die unseren Kontinent viel zu lange an seiner Entfaltung gehindert haben. Hi, mein Name ist Milica Ujanovic. Ich komme aus dem wunderschönen Wien und für mich bedeutet Europa Kultur und Sprachen für die Welt. Ich bin Vesna Babaya, ursprünglich aus Kroatien und Wal-Österreicherin und Europa ist für mich Zusammenhalt. Mein Name ist Timothy Mara aus Uganda und Europa ist mein zweites Haus.